Das ist das Miveau, das wird nicht mal. Und jetzt bin ich draufgekommen, das ist ja eine gut gemeine Boshaftigkeit. Danke Herr, aber ich glaube ich ein Konzentrieren werden wesentlich mehr, wenn er sieht was der Dr. Reisker permanent zu Fehler macht. Fuchzehn verschiedene Haken und eins ist ein Job. Das weißt doch wie nicht. Ich habe noch nie einen echten Zerpeck aus der Nähe gesehen. Bestreiß, nix da, ein Glas Schnaps muss her. Versucht die Herbstung, was die Frau Nagel sagt. Das Gericht vertagt die Veränderung, bis der Flüchtlinge Sester wieder zur Verfügung steht. Also der Weg in die Freiheit führt nur über meine tote Leiche. Als Verbrecher. Das sind halt immer die Schwierigkeiten, die alles Leben so schwer machen. Ich geh schon hohes Gericht. Wo kommen Sie denn her? Lassen Sie Ihre Äußerung. Weil es wahr ist. Weil es geht mir so ein Hallote, so ein Bündigen, so ein Vertragen. Jetzt ist es aber genug. Ich weiß alles! Teil 2 Teil 2 Teil 1 Blast Teil 2 orb Gericht Vielen Dank.